Bruno Scholekowski Er hat immer wieder begleitet. Wir haben viel seiner Werke ur- und erstauf geführt hier in der Stadthalle. Und ja, sein Faible war dann das große Thema irische Musik. Und seine Ost-Commons-Suite, die wir gleich spielen werden, haben wir erstmals hier 1998 aus der Taufe gehoben. Und es sind einfach sechs wunderbare Sätze mit Melodien aus Irland. Lassen Sie sich einfach jetzt auf diese kleine irische Reise mitnehmen mit der Ost-Commons-Suite. Donovan Kallan hat nun Melodie-Vorgaben gegeben. Und Bruno Scholekowski hat das Werk für zum Orchester gesetzt. Viel Spaß dabei! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik